Sonos hat endlich eine Lücke in seinem Produktangebot geschlossen. Mit diesem Eimer gibt es endlich einen Subwoofer, der nicht mehr so kostspielig daherkommt wie sein quadratischer großer Bruder. Dankenswerterweise hat Sonos mir den Submini vorab zum Testen vorbeigeschickt, damit ich für euch rausfinden kann, wie es um seine Bumskraft bestellt ist. Ich habe den Submini jetzt hier ein bisschen ausprobiert und heute berichte ich, wie er sich mit verschiedenen Sonos Soundpass schlägt und für Musik und ob sein großer Bruder jetzt arbeitslos ist. 500 Euro ist der Listenpreis für diesen kleinen Krawalleimer. Nicht ganz so günstig, wie sich einige vielleicht erhofft hatten, aber ein deutlicher Schritt unter den 850 Euro, die für den Sonos Sub der dritten Generation aktuell fällig werden. Deutlich kleiner und vor allem leichter ist er. Und das Zylinder-Design macht ihn kompakt und unauffällig im Wohnraum platzierbar. Und wenn du genau hinschaust, dann findest du eben hier die beiden aus dem großen Sub bekannten gegenläufig platzierten Treiber, die ihre Vibrationen gegenseitig wegkürzen und dadurch kommt es nicht zu Verzerrungen oder Gerassel des Gehäuses. Und auch den Wasserglastest besteht der kleine Eimer mit Bravour. Er verbindet sich per 5 GHz WiFi mit anderen Sonos Komponenten, um möglichst keine Verzögerung zu haben. Außer du benutzt Ethernet, dann verbindet er sich per Ethernet, um möglichst keine Verzögerung zu haben. Das neue Gehäuse gefällt mir sehr gut. Während der große Sub eher ein Objekt ist, das Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist sein kleiner Bruder eher unauffällig und lässt sich gut irgendwo platzieren. Du kannst auch entscheiden, ob du seine Spalte eher präsentieren möchtest oder es als kleine Tonne sichtbar haben willst, weil das Kabel hier unten in jede Richtung rausgeführt werden kann. Außerdem ist das Design des Submini dem seines großen Bruders in der Hinsicht überlegen, dass der Boden hier drin geschlossen ist. Und ich habe gerade gesehen, dass bei dem großen hier unten schon wieder irgendwelche Spielsachen reingesteckt sind. Für alle, die Kinder haben, ist das aus meiner Sicht ein großer Pluspunkt für den kleinen Sub. Die Einrichtung lief bei allen aktuelleren Sonos-Produkten mit NFC absolut flüssig und kinderleicht von der Hand. Danach wählst du noch eben aus, an welches Sonos-Produkt das Ganze gekoppelt werden soll. Das kannst du nachträglich auch ändern, das dauert aber immer ein bisschen. Und der Submini funktioniert mit allen Sonos S2-kompatiblen Lautsprechern, außer den mobilen Lautsprechern, wie zum Beispiel der Roam, weil dann eben nicht klar ist, was passieren sollte, wenn du dich mit dem eigentlichen Lautsprecher bewegst. Wenn du den in den Nachbarraum mitnimmst oder nach draußen, brummt der denn nur noch die tiefen Frequenzen und hier kommt einfach nur noch Flower, Ton ohne Bässe raus? Das wäre Quatsch. Sonos sagt, dass durch den ganzen technischen Firlefanz, also durch den verbauten Computer, durch das Trueplay-Tuning und durch ein bisschen Magie wirklich egal ist, wo du den hinstellst und auch wirre Reflexionen damit rausgerechnet werden können. Ich würde ihn jetzt trotzdem nicht unbedingt direkt an die beiden Wände einer Ecke pressen, aber es geht wohl. Ich bin ja ein großer Freund von Sonos Trueplay-Tuning-Funktion, auch wenn das weiterhin iPhones vorbehalten ist und Android-Nutzer ihre Telefone zusammenklappen und nach Hause gehen können und dann hoffen, dass ihre Freunde mit einem iPhone mal vorbeikommen, um ihre Lautsprecher durchzukalibrieren. Das holt gerade aus so Fernseh-Setups dann doch nochmal eine Ecke mehr. Sonos empfiehlt den Submini als Partner für eine Sonos Ray, eine Beam oder ein Paar aus zwei Sonos One und für Räume bis 28 Quadratmeter. Diese Vorgabe habe ich für euch natürlich extra ignoriert und sie auch mit meiner Sonos Arc in meinem 32 Quadratmeter Wohnzimmer ausprobiert. Ich bin ein Rebell, ich weiß. Aber erstmal habe ich auch eine Beam aufgebaut, um zu testen, wie es darum bestellt ist. Und der Submini macht das schon ganz gut. Er bringt die Bässe ein bisschen mehr hervor und gibt dem Ganzen einfach mehr Volumen, ohne dir jeden Moment einhämmern zu wollen, dass hier jetzt ein Subwoofer da ist, der rundet mehr so den Klang merklich ab und nicht einfach mehr Bass, weil er jetzt mehr Bass liefern kann. Du hast begrenzte Möglichkeiten, da noch einzugreifen. Du kannst zum Beispiel den Bums-Regler in der App nach Geschmack noch etwas hoch- oder runterfahren. Sonos hat ja auch gesagt, dass ein Subwoofer eben dazu führt, dass sich die Soundbar selbst mehr auf Mitten und hohe Frequenzen konzentrieren kann. Und ich bin absolut nicht audiophil, aber das war schon etwas, was auch ich feststellen konnte, wenn ich die gleiche Szene im direkten Vergleich einmal mit und ohne Sub angehört habe. Die Mitten kommen wirklich mehr raus, die Sprache wird auch nochmal ein bisschen klarer. Und es ist beeindruckend, was man schaffen kann, wenn man einen Teil seiner Arbeitslast einfach komplett an so eine Tonne abgibt. Ich habe tatsächlich auch versucht, das für euch aufzunehmen und dabei festgestellt, dass ich nicht die Mikrofone habe, um diese Unterschiede ausreichend gut zu transportieren. Ihr müsst mir also einfach vertrauen. Auch bei Konzertfilmen und Musik. Also was ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen kann, ist das auszuprobieren und dann abzuschalten. Also leitet euch auf jeden Fall keinen Submini aus, wenn ihr eine Beam habt. Entweder ihr kauft einen oder ihr lasst es, aber ihr verderbt euch sonst. Also gerade Musik mit Schlagzeug oder markanten Bässen zu hören und dann diese akustische Extraschicht wieder wegzunehmen und plötzlich muss wieder alles an Frequenzen aus der kleinen Brüllleiste kommen. Das fühlt sich nicht gut an. Ich habe es leider nicht mit der Sonos Ray testen können, aber da der Effekt bei der Beam 2 schon sehr deutlich war, gehe ich einfach davon aus, dass es bei der Ray noch ein bisschen mehr profitieren würde, wenn du einen Sub anschaffst. Aber ich glaube, dass wenn du an dem Punkt bist und dir einen Subwoofer kaufen willst und vielleicht noch zwei Satelliten, dann bist du einfach mit der Beam 2 besser aufgehoben. Wenn du schon eine Ray hast, dann wirst du die Anschaffung des Submini auch nicht bereuen. Nur wenn du neu startest und schon weißt, dass das etwas ist, worauf du abzielst, dann würde ich eher zur Beam greifen. Aber was ist mit der Arc? Ich habe das gleiche mit meiner Sonos Arc ausprobiert und kann sagen, du merkst auch hier einen Sprung in der Akustik. Er ist nur nicht ganz so arg, weil die Sonos Arc eben von Haus aus schon ein bisschen mehr ist und ein bisschen kräftiger und den Raum ein bisschen besser füllen kann. In meinem 32 Quadratmeter Wohnzimmer würde ich sagen, dass der Submini schon noch eine gute Ergänzung ist, aber der Sprung einfach nicht mehr so deutlich wie bei der Beam. Und für ein noch größeres Wohnzimmer oder einen offeneren Raum würde ich dann irgendwann doch zum größeren Sub greifen. Der kommt einfach zusammen mit der Arc noch ein bisschen gewaltiger daher. Und auch wenn ich zugeben muss, dass ich diese Kraft nicht mehr ausgefahren habe, ich glaube, seit meinem Test vom Sonos Sub, wir schauen einfach zu wenig Filme im Moment und haben zu viele Kinder, die abends schlafen, um da das Haus in Schutt und Asche zu ballern. Mit zwei Sonos One zum Musikhören, ja, ich weiß, es ist nur eine, die zweite musst du dir jetzt hier vorstellen, ist es der gleiche Effekt wie mit der Beam. Vielleicht sogar noch etwas deutlicher. Du holst einfach noch eine ganz andere Akustikebene aus den Lautsprechern heraus, die du schon hast. Die Leichtigkeit, mit der dann so ein Trio den Raum füllt und der zusätzliche Dampf, mit dem dir Schallwellen entgegengeschleudert werden, ist einfach ein anderes Level. Allerdings zahlst du ja auch ungefähr nochmal das Doppelte obendrauf, was zwei von diesen Lautsprechern kostet. Im Sonos Universum hast du nun mal exakt die Auswahl, die Sonos dir zur Verfügung stellt. Und sie ist jetzt bei den Subwoofern doppelt so groß wie vorher, auch wenn der neue kleiner ist. Und falls du nach meinen bisherigen Aussagen immer noch so ein bisschen hin und her gerissen bist und nicht weißt, welchen von den beiden du kaufen solltest, können wir das noch einmal durchgehen. Ist der Sub besser als der Sub Mini? Allerdings, auch wenn die technischen Daten auf der Sonos Seite recht übersichtlich sind und mehr oder weniger sagen, dass beide bis 25 Hertz runtergehen können, reicht ein Blick auf die Physik allein. Mehr Resonanzkörper, deutlich mehr Gewicht, größere Treiber, mehr Wumms. Aber die wichtige Frage ist ja, brauchst du das wirklich? Ich glaube, der Sub Mini wird an den Verkaufszahlen des Sub deutlich knabbern, weil viele, wie ich selbst zum Beispiel, bisher vor allem deswegen zum Sub gegriffen haben, weil er alternativlos war. Und bei niedrigeren Lautstärken merkst du zwischen den beiden eigentlich keinen Unterschied. Erst wenn der Raum etwas größer wird oder die Lautstärke etwas lauter, dann kann der Sub den Mini immer weiter abhängen. Aber wenn ihr ein Wohnzimmer unter 30 Quadratmetern habt und eine Sonos Beam oder eine Ray, dann ist der Mini einfach die richtige Wahl. Darüber fängt dann langsam an, sich das Kräfteverhältnis immer weiter zu verschieben, bis du irgendwann um die deutlich größere Investition des Sub nicht herumkommst. Also, außer du kaufst einfach nichts. Das zwingt dich ja keiner. So weit ist es ja zum Glück noch nicht. Und ich kann euch nicht in die Wohnzimmer schauen. Will ich auch gar nicht. Und wenn Geld keine Rolle spielt, dann kannst du natürlich auch den Großen kaufen und den mit der kleinsten Soundbar der Sonos Ray koppeln. Wird er auch da besser sein als sein kleiner Bruder? Ja. Aber es ist dann eben Overkill und du solltest vermutlich lieber mehr Budget in eine bessere Soundbar stecken. Ein Unterschied ist übrigens noch, dass du den Sub hinlegen kannst und zum Beispiel unter Sofa schieben, wenn das passt. Das geht mit diesem Eimer nicht. Allein physikalisch nicht. Der würde da rumkugeln. Achso, und beim Großen wurde irgendwann mit einem Update ermöglicht, dass du zwei davon in einem Surround-Setup hinzufügen kannst. Das geht bei Mini zumindest aktuell noch nicht. Ob sich das irgendwann ändert, wird nur die Zeit zeigen. Aber ich weiß auch nicht, ob das ein Feature ist, dass die budgetbeschränkteren Käufer des Kleinen gerne in Anspruch nehmen. Aber auf der anderen Seite könntest du dann fast zwei davon im Raum platzieren, statt einem hiervon. Wäre auch ein interessanter Vergleich. Kommen wir zur Frage, Subwoofer oder Satelliten? Und bisher war die Antwort relativ einfach. 400 Euro für ein Set aus zwei Sonos One SL oder das Doppelte für einen Subwoofer führte in den meisten Fällen dazu, dass ich zu zwei hinteren Lautsprechern geraten hätte. Jetzt liegen die preislich aber deutlich dichter beieinander und das macht die Antwort etwas komplizierter. Und es kommt wirklich darauf an, ob du lieber einen räumlicheren Klang oder einen weniger räumlichen Klang, der dafür besser ist, bevorzugst. Realistisch betrachtet ist diese Frage aber auch völlig egal. Denn wenn du einmal das Blut geleckt hast, dann wirst du irgendwann das jeweils anderen nachrüsten, wenn es sich irgendwie finanziell und räumlich abbilden lässt. Ist der Sonos Submini der beste Subwoofer, den du für 500 Euro kaufen kannst? Also du bekommst sicher für das gleiche Geld bessere technische Eckdaten in anderen Subwoofern, aber das hilft dir als Sonos Nutzer nicht, weil der mit deinem anderen Kram nicht zusammen funktioniert. Und die Integration in ein smartes Lautsprechersystem, das keine Kabel benutzt, das die Möglichkeit hat, das einfach mit dem Telefon oder dem Telefon deines Freundes besser klingen zu lassen, ist schon ein ganz gutes Angebot. Das Ganze in einem kompakten, vibrationsfreien Gehäuse, das, wie ich finde, auch noch schick daherkommt, macht es sicherlich für viele Sonos Nutzer attraktiv. Wenn du keiner bist, hast du wahrscheinlich sowieso nicht bis hierhin geschaut. Also, wenn du ihn jetzt kaufst, weil es ein guter Subwoofer für die meisten Sonos Nutzer ist, dann benutze gerne die Links unten in der Videobeschreibung. Danke und bis bald.